Jetzt kommt diese Eissiege zum Einsatz. Boah, ist echt gar nicht so einfach. Der erste Block kommt jetzt endlich raus. Das Loch nimmt so langsam Form an. Leute, ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Der letzte Eisblock kommt raus. Oh mein Gott, ist das Ding fett. Wow. Wie wir da jetzt gleich reingehen, seht ihr jetzt schon im neuen Video.